Nein, äh, tue ich nicht. Das sieht, äh, nämlich nur so aus. Das ist nämlich eine optische Illusion, müsst ihr wissen. Oh, ich glaub, da will jemand sterben. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott. Oh nein! Oh nein! Okay, jetzt reicht's mir. Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft. Ich werd's nie richtig aussprechen. Ich sag einfach nur noch zu Minecraft.ttd auf dem meinsucht.net-Server. Nimmst du wieder auf? Nein, äh, tue ich nicht. Das sieht, äh, nämlich nur so aus. Das ist nämlich eine optische Illusion, müsst ihr wissen. Steht eigentlich gerade dieses Video gar nicht. Wie viele Subs? Drei. Ich habe genau drei Abonnenten. Eigentlich hab ich 3,45. Aber wir runden mal ein bisschen krank, ja? Ich weiß, ich bin nämlich ein... Ich frag, bevor ich noch keinen YouTuber-Rang habe. Für 3,45 Abos. Gerundet auf drei müsste man eigentlich schon... Ach nee, ich glaub, das kriegt man ab fünf Abonnenten. Gut, da, ähm, würd ich sagen, müsst ihr noch ein bisschen... Brauch ich noch 1,55 Abos. Okay. Das war mal wieder eine bereichernde Runde für die Aufnahme, muss ich echt sagen. Oh, ich bin Traitor in Troubletown. Oh, ich glaub, da will jemand sterben. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott. Oh nein! Oh nein! Hey! Wie blöd kann man eigentlich sein? Och nein! Och, Mann, oh! Och! Junge, ich bin echt so ein Bedepper da voll fast. Und ihr Random Kill, was seid ihr denn eigentlich für Assis? Mal ganz im Ernst. Ach Gott, wie scheiße kann man eigentlich sein? Nee, ach Gott, das cut ich raus. Auch wenn ich es wahrscheinlich wieder nicht machen werde. Och nee, och nee. Der dümmste Tod, den ich in TTT je hatte. Also, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal so viel Skill in einem Match zusammen hattet. Weil da braucht man echt viel Skill, um das zu schaffen. Das Schwerd brauche ich noch. Danke, da ist schon niemand rum. Oh, mir geht... Also, neuerdings geht gefühlt hier niemand mehr auf den Leuchtturm. Können vielleicht daran liegen, dass ich hier um 11.30 Uhr aufnehme. Dass keiner Bock aufs Eilenschwerd hat, weil ich es nur am Nachmittag Bock macht. Damit, äh, Leute abzuschachten. Also, irgendwie, äh... Benehmen wir das komisch. Nehmen wir den Traitor-Weg. Guckt mal, ich drück den Knopf. Ist das nicht los? So, äh... Ja, ähm... Also... Das war's dann auch wieder mit meinem... Du hast kein Emote. Ich hab zwei Emotes. Wollte mich verarschen. Was sind das? Christian, komm hier grad ein bisschen weg von hier. Guck mal. Ach, gut. Du bist doch, äh... Friedrich. Da unten jemand auf. Locker schubs ich. Da. Und... Ah, ach so, okay. Ähm, das ist, äh... Sehr interessant. Also, so nicht mein Freundchen, ne? Tschüss. Nein, 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 nein. Guck mal, hier, ich drücke. Gleich, weil ich bin lo, Alter. Mädchen. Ob wir sie mal mit dem Mann hertauen? Also Christian ist schon mal nicht da. Ich bin noch nicht. Also der Junge, totes Mädchen oder Zuschauer ABC ist. Das ist jetzt eine äh Zuschauer ABC verhält sich verdächtig. Ich bin auch nicht. Ich glaube, totes Mädchen ist. Ich weiß nicht. Hä? Ich mag Züge. Miau. Also entweder ist mein Internet scheiße oder dein Internet scheiße. Ach Moment, hier geht's ja gar nicht runter. Erst hier. Na, habt ihr Spaß? Die arme Kiste. Ja. Ja. Nicht. So ein Verbrecher. Aber ja, aber er wird nicht festgenommen, weil er hat ein Bärchen zu legen. Aber der Clan stinkt. Riecht sie ja. Wer hat jetzt den Detective umgebracht? Das passiert, wenn man sich eine Minute nicht um den Detective kümmert. Ah, ja. Äh, ja. Ähm, ja. Ich kann mich nicht hinsetzen. Weil meine Emotes geklaut wurden. Na, hör mal. Jetzt reicht's mir aber mal hier. Ob totes Mädchen ist. Also Christian ist schon mal nicht. Einer von den drei. Oder zwei von den drei. Wäre es mal, wenn ihr alle hier den Knopf drückt, ne? Cool das Spiel. Na, hör mal. Okay, jetzt reicht's mir. Mann, bin ich ein guter Innocent. Ha, ich bin Ey, ey, ey. Ich bin einfach, ich bin, äh, James. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn mit dieser Leiter anfangen? Ach, nee. Kommt hier hoch. Doch, ne, leider. Seine komplette Leiter. So, ein Müll. Wer setzt ne, ne, eine Leiter hin? Hör mal, diese Leute, die können Essen finden. Ja, dann das Holz fangt zu knabbern. Seien sich, Mann, auf dem da können ich ja eigentlich Ja, äh, das hatte ich an der Stelle auch erlegt. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten wir uns zu einem neuen Video. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ciao. Leute Bis zum nächsten Mal.